Dass ich dann gleich aufhören könnte zu spielen, wenn ich noch weiter mit der Grafik runtergehen würde. Also ich bitte euch. Na, der out-up, der feige Hund. War ja klar, dass er sich hier nicht drauf einlasst. Und wir verlieren schon wieder hinter uns Arn. Das passiert, wenn du nicht in deinem Raum bist. Keiner weiß Bescheid. Keiner weiß Bescheid. Ich habe Bescheid gewusst, also es langte, dass ich Bescheid weiß. Geht, 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 geht. Ja, reicht. Noch paar Punkte. Boah, alter, was er eingeschleckt hat, die Note. Mann. Mach so ein Kill. Ist ein Sunny da? Natürlich ist kein Sunny da. Ah, doch, der Test-Tube. Danke. Danke, Keule. Klasse. Danke. Ich muss mal nachladen. Ich habe noch 10 Schuss gehabt. Ich hinten gekriegt, hätte er mich nicht getötet. Ja, glaube ich, das kriegt jeder hinten, wenn man ihn nicht tötet. Ja, aber bleibt immer noch bei 4-7. Oh, ich habe hier keine Feuerwerkspistole. Dark ist auch blau. Äh, blau. Dark ist auch tot. Wir verlieren schon wieder A. Da ist noch ein Spion drin anscheinend. Ah, da war er. Sieste? War noch ein Spion mit Speer-Tarnen gehockt. Ich hätte ihn jetzt auch mit C4 weggeknallt, aber... Oh, da kommt wieder was. Nein, da nicht. Da war auf jeden Fall aber noch einer auf dem Balkon draußen. Spawnpunkt? Was, da ist einer Toad. Toad. Toadie. Habt ihr ihn jetzt endlich, oder muss ich auch noch helfen? Nö. Doch, jetzt haben sie noch. Keine Ahnung, wie lange. Hm. Gut, ich verlege mich jetzt mal ein bisschen, ein bisschen mehr actionreicheres Gebiet hier, so, da bei Sareno oder so. Gucken wir mal, wo wir hinkommen. Weil ja, die zweite Folge jetzt schon angebrochen ist. Wir machen mal ein bisschen mehr Action. Das war jetzt ja nicht gerade viel, oder? Da hüben bei Forst White Haber. Irgendwo ein bisschen. Hm, gut, was haben wir hier? 24, 12, 1. Ja, okay, dann gehen wir mal hier hin. Wenn wir die Festsache mal nach oben gehen, ist ja richtig hart. Ne? Ähm. Gut, das passt alles. Ja, genau, jetzt habe ich 17 FPS. Juhu. Warum habe ich jetzt hier wieder Frame-Einbrüche ohne Ende? Wie das leckt? Das ist doch übel. Ich habe nichts geändert, Leute, nichts. Aber das Spiel ist doch behindert. Ich kann es doch mal auf niedrig aufnehmen. Ich bin Blenderzeit, ich bin blöd. Meine Fresse her. Ähm. Ich will hier rüber. Ich weiß nicht, was das jetzt für Probleme hat, das Spiel hier. Ach so, warum muss ich... Das ist so dermaßen leckt. Ja, doch, na, ich kann es so. Darum was nicht. Das ist nicht ertragbar eben, konnte ich schön mit 45 FPS und jetzt 24. Ah, jetzt stimmt sogar mal überein, was da steht und in der Hübel steht. Weil mir zeigt es ja beides an, ich kann es ja vergleichen, aber jetzt stimmt's. Aber das ist doch scheiße, ist das doch. Ah, doch, mein Ding hat es geschafft, da reinzukommen. Mann, hier ist keine Massenschlacht, nix. Aber es brecht immer weiter ein. Dass es immer weiter einbricht. Ah, ah. Ja, nur Damage, Demage gemacht. Also, tut mir leid, Leute, dass es leckt. Also, ich kann nicht noch weiter mit der Grafik... Doch, ich könnte noch weiter mit der Grafik runter. Aber da kann ich auch gleich aufhören zu spielen. Dass ich dann gleich aufhören könnte zu spielen, wenn ich noch weiter mit der Grafik runtergehen würde. Also, ich bitte euch. Das geht ja echt nicht. Also, ich nehme jetzt noch die 5 Minuten auf für diese Folge, aber... Ich probiere es jetzt mal hier. Mit 15 FPS ist es ja... Da lecken sogar die Bubbles. Dass da sogar die Bubbles lecken. Alter. Guck mal, wie hässlich das ist. 20 FPS. Und dann will ich aber kein Gemotze hören. Also, das geht nicht auf meine Kappe. Das ist nicht auf meine Kappe. Aber warte mal, wie viel brauche ich denn? Ich brauche morgen und ich brauche Mittwoch. Äh, Freitag. Ja gut, das reicht eigentlich, wenn ich dann... Na gut, dann habt ihr Glück, Leute. Dann wird es hoffentlich bis Freitag noch ein paar Patches geben. Und dieses... Diesen Schwachsinn hier... Und Spiel wieder ein bisschen aufzumotzen. Oh, was ist denn noch? Rennst du hier hin und dann töten die die denn? Einfach so. Also, das hat echt keinen Wert. Ich weiß nicht, was es ist. Also, wenn ihr eine Idee habt, warum die FPS-Einbrüche kommen... Es hat... Also, es ist keine Leitungsprobleme, es ist kein Rechnerprobleme. Ich habe die Grafik runtergestellt. Meine Ping ist mit 94 MS relativ... Das ist eigentlich sehr gut für Blendezeitverhältnisse. Und am PC liegt das nicht. Ich bin jetzt auf Mittel. Ich spiele normalerweise auf Ultra, also... Da dran kann es echt nicht liegen. Oh Gott, im Himmel. Was es da dran echt nicht liegen kann. Guck doch mal, wie die ich lecke! Das gibt es nicht. Aber der ist auch nicht viel besser gewesen, diese Pfeife. Ich weiß auch nicht. Ich könnte reconnecten, aber... Das ist ein ganz großer AA. Das geht gar nicht. Da kommst du gar nicht mit klar mit dem Ding. Ja, überfahren wir noch. Das war 56 Millisekunden. Also, so ein guter Ping hatte ich schon seit Ewigkeit nicht mehr. Vielleicht liegt es da dran, dass mein Ping so gut ist, dass dann die FPS runtergehen. Vielleicht brauche ich ein schlechterer Ping, aber dann kriege ich mehr FPS zusammen. Oh, Leck! Oh, Leck! Noch ein Headshot! Jawoll! Meine Fresse! Oh! Oh Gott! Das ist doch B. Ich muss meine Maus langsamer machen, weil jetzt komme ich da nicht mit. Jetzt ist da einer. Jetzt habe ich ihn. Nein! Das ist... Das ist jetzt nicht dein Ernst gewesen. Und dann macht er das Schild kaputt. Warum hast du 16 FPS? Jetzt können sie reinkommen. Das soll uns aber nicht. Oh, Leute. Das tut mir echt leid. Nein, nein, nein. Das geht ganz und gar nicht so weiter. Also, da müssen wir uns echt mal was einfallen lassen, was wir da machen können. Was ist denn das jetzt? Oh, wie ich backe. Ich finde, ich leuchte wie so ein Krischbaum. Haben wir irgendwie das Schild mitgenommen. Also so, wenn einer von euch programmieren meine Videos anguckt, ihr seid echt Bananenbieger. Aber wenn ihr das nicht mal geschissen bekommt, dass man hier mal stabil mit mittlerer Auflösung eine gescheite Frames allein bekommt. Oh, wie ich leuchte. Ich weiß ja auch nicht, dass... Sunny nehmen. Das ist genauso behindert. Ja, genauso viel FPS. Ich muss in die Richtung, um den entgegenzulaufen. Latschen. Na. 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 Ich muss gleich Feuerwerk machen. Jo, 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 jo. Ähm. Ja. Also, ich denke, mit einer 611 und relativ schlechten Frames hat das hier keine großen... Sinnhaftigkeit mehr. Ja. Hat's noch gereicht für meine Westen jetzt? Nein. Habe ich... Ich... Hat's noch halb mitgenommen. Aber einen habe ich mitgenommen. Und einen reanimiert. Aber meine Freunde, also das hat ich keinen Sinn. Also so spiele ich keine Blendezeit. Mit 20 Frames pro Sekunde. Hui, jetzt geht's wieder hoch. Aber nein. Es langt für heute. Ähm. Ab Sonntag gibt's neue Folgen. Die werden dann besser sein und hoffe ich zumindest. Und bis dahin... Einen schönen Tag. Schönes Wochenende. Es hofft nicht zu viel an Fasching. Und dann bin ich raus. Tschüss.